Nachdem wir uns jetzt zwei Videos lang mit der Erschließbarkeit, der wichtigen, sehr, sehr, sehr wichtigen Erschließbarkeit beschäftigt haben, soll es jetzt nun um Stabilität gehen, also darum, dass wir eine stabile Umgebung schaffen. Was gehört da alles dazu? Machen wir uns das mal vielleicht nochmal mit einem Vergleich klar, der Stabilität. Wenn wir in einer normalen Umwelt sind, draußen und gucken, also eine Landschaft uns angucken, dann haben wir eine stabile Umwelt. Das heißt, auch wenn wir mal weggucken und gucken wieder zurück, dann sind die Objekte größtenteils noch an ihrem Platz. Sie ändern sich nicht auf einmal. Und auch wenn wir irgendetwas hinter unserem Rücken haben, dann können wir davon ausgehen, wenn da zum Beispiel ein Berg ist, dass dieser Berg nicht auf einmal verschwindet. Das sind Stabilitätseigenschaften. Das ist ja eine dieser Grundhypothesen gewesen, die hinter der Architektur des Wahrnehmungssystems stehen, dass wir eine stabile Umwelt haben. Andere Sachen stecken her hinter der Differenzerfahrung, wo wir auch immer Hypothesen anstellen. Wir stellen Hypothesen an über unsere Umwelt, sowohl was die Wahrnehmung angeht, als auch was Gegebenheiten in der Umwelt angeht. Und da ist es sehr hilfreich, wenn das stabil ist, wenn das nicht ständig anders ist. Sprich, wenn die Hypothesen mit hoher Wahrscheinlichkeit stimmen. Wir sollten also verhindern, dass wir eine Umgebung gestalten, in der die Hypothesen nicht stimmen, sondern ständig ein Unterschied, eine tatsächliche Differenz dabei herumkommt. Die Differenzerfahrung sollte in den allermeisten Fällen positiv sein. Man sollte also sagen, ja, deine Hypothese war richtig und es hat sich jetzt so erwiesen, wie du dir das gedacht hast. Das ist immer weniger erzwungene Sequentialität als der andere Fall, weil dann ja immer so eine Rückkopplungsschleife einsetzen muss, dass man sich umorientieren muss. Man kann auch sagen, es gibt eine gewisse Desorientierung eine kurze Zeit lang. Und wir schauen uns das an mit zwei weiteren Forderungen, nämlich der internen Konsistenz zunächst und der Kontinuität dann danach. Und interne Konsistenz ist die Forderung, bei der es vor allen Dingen darum geht, was eigentlich passiert, wenn ich mehrere Bildschirmseiten habe oder mehrere Fenster, kann man auch sagen, also mehrere Objektanordnungen habe. Interne Konsistenz bedeutet, dass Unterschiede bedeutungsvoll sind oder umgekehrt formuliert, dass es keine Unterschiede gibt, die keine Unterschiede machen. Und da kann auch dieser Satz zentral sein, jeder Unterschied, der keinen Unterschied macht, ist immer eine Verletzung der internen Konsistenz. Und das gilt schon auf einer einzigen Bildschirmseite. Also wenn ich zum Beispiel verschiedene Buttons habe und all diese Buttons rufen Zusatzfunktionen auf und einen dieser Buttons gestalte ich aber rund und alle anderen eckig. Und das hat aber keine Bedeutung, dass das so ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Funktionen, der begründen würde, dass ich das so mache. Dann habe ich einen Unterschied eingeführt, der keinen Unterschied macht. Bestenfalls führt das ja dazu, dass man nur einmal kurz irritiert ist. Das dauert aber schon länger, das ist erzwungene Sequentialität. Und schlimmstenfalls würde man vielleicht einen der Buttons gar nicht als Buttons erkennen. Oder man würde ihn bevorzugt verwenden, weil er anders aussieht oder so und würde dadurch zu Fehlbedienungen kommen. Und dann hätten wir auf jeden Fall erzwungene Sequentialität. Also einen Unterschied einzubauen, der keinen Unterschied macht, ist eine Konsistenzverletzung. Noch mehr gilt das, wenn ich mehr als eine Bildschirmseite habe, mehr als ein Objektarrangement habe. Denn dann kann ich immer von einem Objektarrangement auf das andere Objektarrangement eine Hypothese anstellen und annehmen, so wie es hier war, wird es wohl auch woanders sein. Das ist ja auch eine durchaus sehr plausible Hypothese in der normalen Umwelt, dass ich sage, naja, das, was ich von diesem Wald kenne, das gilt vielleicht auch für diesen Wald. Oder wenn ich in diesem Zimmer zum Beispiel rechts immer die Lichtschalter finde, dann wird das auch in einem anderen Zimmer so sein. Und da kennt ihr ja auch diesen Effekt, wenn das auf einmal nicht so ist, wenn dann ein Zimmer ihr vielleicht habt, wo die Lichtschalter ganz woanders sind oder wo sie sich ganz anders bedienen oder sowas. Und dann kann es zu einer Irritation kommen. Manchmal gibt es Gründe dafür, dass man das anders gestaltet. Aber gerade wenn es die nicht gibt, dann muss man aufpassen, dann darf man das nicht machen. Dann muss man diese Konsistenz bewahren und darf nicht so eine Konsistenzverletzung begehen. Und das passiert leider relativ oft, dass es solche internen Konsistenzen gibt. Übrigens, warum eigentlich interne Konsistenz? Wir sprechen später noch über externe Konsistenzen. Wir reden dann über Konventionen. Also, wenn wir uns an eine Konvention halten, dass man in Deutschland üblicherweise irgendetwas so oder so darstellt. Oder dass wir im Bereich des Bankenwedens üblicherweise diese und diese Begriffe verwenden. Das sind externe Konsistenzen, nämlich ich bin Konsistenz zu etwas, was von außen da reinkommt. Hier sind wir Konsistenz in uns, innerhalb unserer Software betrachten wir diese Konsistenz. Auch deswegen könnte man dazu auch sagen, eine Stabilität. Aber Stabilität gilt gleich für die Kontinuität auch, wäre der allgemeinere Begriff. Schauen wir uns hier zwei Beispiele an, beziehungsweise das ist eigentlich ein Beispiel. Es ist nämlich beides aus der Software Notepad++, also ein Editor für Windows, der durchaus schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Der kann schon eine ganze Menge. Und wir haben da zwei verschiedene Fenster hier und beides sind Einstellungsfenster. Einmal für Stile, also wie die Schrift dargestellt werden soll im Bildschirm. Und das andere ist das allgemeinere Einstellungsfenster. Ja, schaut euch die mal an, so grundsätzlich sehen die sich ähnlich. Also eine schöne Gestaltung ist das alles nicht, aber auch ganz schrecklich ist es eigentlich auch nicht. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen diesen beiden. Und den seht ihr, wenn ihr euch dieses Optionenfenster mal anguckt. Das hat nämlich nur einen Schließen-Knopf unten, während das Stile-Fenster Speichern und Schließen und Abbrechen hat. Das ist jetzt nicht nur ein Unterschied, was die Knöpfe angeht, sondern auch der ganzen Arbeits- und Denkweise dahinter. Wenn ich das Optionenfenster da nehme, da wird jede Änderung sofort durchgeführt. Ich kann also die Änderung überhaupt nicht abbrechen. Alles, was ich ändere, wird auch geändert. Ich kann das dann nur schließen, dieses Fenster, und dann ist das Fenster halt wieder weg. Im Gegensatz zu dem Fenster da oben, da kann ich eine ganze Menge Einstellungen machen und muss die am Ende bestätigen und speichern. Ich bin ja vielleicht geneigt zu meinen, dass das Stile-Fenster genauso funktioniert wie das Optionenfenster. Beim Optionenfenster kann ich nämlich was einstellen und dann mache ich oben rechts das rote X, also klicke auf das rote X. Und dann ist das so übernommen. Wenn ich das bei dem Stile-Fenster mache, verwerfe ich das wieder, was ich getan habe. Ich habe hier eine andere Funktionsweise in einem sehr ähnlichen Element, nämlich so einem Einstellungsfenster, ohne dass es wirklich einen guten Grund dafür gebe. Zumindest erschließt sich dem Nutzer der Grund an dieser Stelle nicht. Das ist eine richtig klassische Verletzung der internen Konsistenz an dieser Stelle. Innerhalb dieses einen Programms haben wir es mal so gemacht und mal so gemacht. Das sollte so nicht sein. Ja, warum kommt es zu solchen internen Konsistenzproblemen? Sind das immer nur dumme Entwickler oder, sagen wir mal, Entwickler, die darüber nicht nachdenken? Häufig wahrscheinlich schon. Also es wird häufig so sein, dass man darüber nicht nachgedacht hat. Aber wie kommt es denn im Konkreteren dazu? Was kann man sich für Gründe überlegen? Es könnte zum Beispiel damit zusammenhängen, dass diese beiden Fenster zu verschiedenen Zeiten entwickelt wurden. Zu einem Zeitpunkt hat man das Optionenfenster gebaut und zu einem anderen Zeitpunkt das Stilefenster. Und vielleicht hat sich die eigene Einstellung zu den Dingen verändert. Man hat vielleicht auch nicht so richtig sich gemerkt, wie man das vorher gelöst hat. Und dann löst man es jetzt halt anders. Das kann passieren. Erst recht passiert das, wenn man eine Software nicht alleine entwickelt. Und das ist ja die Regel. Welche Software wird heute schon von nur genau einer Person entwickelt? Sondern es sind häufig mehrere Leute, häufig sogar ganz große Teams, die vielleicht sogar verteilt auf der ganzen Welt an einer Software entwickeln. Und dann kann das passieren, dass der eine diese Arbeitsweise bevorzugt, der andere die. Und wenn man sich darauf nicht geeinigt hat, dann kommt es zu solchen Inkonsistenzen, internen Inkonsistenzen. Ein schönes Beispiel dafür ist unsere Software Panda. Da steckt ja Moodle dahinter. Also die Lernplattform Moodle, die es ja an vielen Universitäten gibt und teilweise auch an Schulen eingesetzt wird. Und die strotzt vor solchen Inkonsistenzen. Ich habe mal hier ein Beispiel rausgesucht. Drei verschiedene Bereiche, die jeweils aus dem Bereich meiner eigenen Inhalte sind. Einmal Website-Blog, einmal Kalender und einmal Dateien. Und das Erste ist schon mal, wenn ihr mal drauf guckt, wie groß ist denn zum Beispiel die Überschrift? Bei Dateien ist sie ganz klein geschrieben, bei Kalender ist sie größer und beim Website-Blog, naja, das ist jetzt eine andere Skalierung, so könnte eher nicht groß sein. Aber schon das ist inkonsistent. Das kann einen schon mal irritieren. Muss es aber nicht und tut es an dieser Stelle auch wahrscheinlich nicht. Aber was ich hier eingekriegelt habe, ist die Möglichkeit, jeweils ein neues Objekt hinzuzufügen. Also bei Dateien eine neue Datei zu erzeugen oder hochzuladen. Das ist da mit einem Icon gemacht, mit einem Datei-Symbol und einem Plus drin. Im Kalender erzeuge ich einen neuen Termin, indem ich auf einen Button drücke, der auf der rechten Seite untergebracht ist. Und im Website-Blog erzeuge ich einen neuen Beitrag, indem ich auf einen Link drücke, der nicht rechts untergebracht ist, sondern in der Mitte. Wir haben also drei verschiedene Umsetzungen für sehr, sehr vergleichbare Operationen an dieser Stelle. Und jetzt ist dann die Frage, gibt es einen guten Grund dafür? Bei Dateien könnte ich es mir vorstellen, weil dieses vielleicht ein solcher Block ist, der an vielen Stellen auch anders verwendet wird. Aber zum Beispiel der Unterschied zwischen dem Website-Blog und Kalender, da kann ich einfach keine Lösung für finden oder keinen Grund für finden, warum man das mal so und mal so gestalten sollte. Es wird daran liegen, dass Moodle eine modulare Software ist. Das heißt, viele, viele kleine Module werden zusammengefügt und werden von ganz verschiedenen Entwicklern zu verschiedensten Zeitpunkten entwickelt. Und die kommen alle hier zusammen und alle haben so ein bisschen andere Ideen darüber, wie etwas gestaltet werden sollte. Natürlich sieht man, dass zum Beispiel die Farbschemata angepasst sind und solche Sachen. Aber auf solche Ebenen, die ja dann eher weniger auf solcher einer Styling-Ebene sind, sondern tatsächlich auf der Funktionsweise der Oberfläche oder auf Design-Gestaltungen der Oberfläche, welche Elementart etwas ist, hinauslaufen. Das ist da offensichtlich nicht mehr drin. Und wenn man das nicht vereinheitlicht, dann kommt es zu diesem Konsistenzproblem an dieser Stelle. Wie kann man dem vielleicht begegnen? Man kann sowas wie Templates erstellen, Formatvorlagen, Ressourcenbibliotheken oder auch Regelwerke, umfangreiche Regelwerke, sogenannte Styleguides erzeugen. Und in diesen Styleguides gibt man dann vor, wie Dinge auszusehen haben. Das ist eine gute Idee in jedem Falle, aber es ist nie umfassend. Das heißt, es wird immer in solchen Systemen irgendwelche Inkonsistenzen geben, weil irgendwelche Bereiche nicht mitbedacht wurden. Wenn man solche Formatvorlagen und Templates verwendet, dann ist das auch nur die halbe Miete und birgt eine große Gefahr. Denn die Gefahr ist ja jetzt, dass ich generisch werde. Dass ich zum Beispiel in das Template einfach reinschreibe, neu oder neues Element und nicht mehr die konkrete Beschriftung zulasse. Solche Vorlagen sind oft der Grund gewesen für generische Knöpfe. Also diese OK-Abbrechen-Dialogboxen, die es ja klassischerweise gibt, die sind genau darauf zurückzuführen, dass die Betriebssysteme, die standardmäßig vorgesehen haben, In JavaScript zum Beispiel eine Confirm Message, wenn ihr euch die mal anschaut, die hat genau diese Knöpfe. Die kann ich gar nicht umdefinieren. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Und dadurch, dass natürlich dann diese Formatvorlagen, dieses Template, wenn man so will, vorhanden ist, verwenden die Leute es natürlich auch. Also es ist gefährlich bei Templates. Man muss darauf achten, dass man nicht auf einmal ins Generische rutscht, nur weil man eine Konsistenz haben möchte. Das ist nicht gemeint. Nicht generisch werden, sondern schon konkret bleiben, aber dann trotzdem konsistent. Wenn ihr eigene Styleguides erzeugt, was ihr für eine Software unbedingt tun solltet, vor allen Dingen, wenn ihr mit mehreren Leuten an einer Software arbeitet, denn dann habt ihr das ja nicht mehr selbst in der Hand und habt es nicht mehr selbst im Kopf, dann müsst ihr da umfangreiche Definitionen machen. Ihr müsst Farben definieren, Icon-Zuordnungen definieren, dass nicht das gleiche Icon in verschiedenen Modulen für verschiedene Funktionalitäten verwendet werden. Das kann sehr irritierend sein, wenn das passiert. Sollte nicht passieren. Aber auch sagen, welche Interaktionselemente werden wofür benutzt. Zum Beispiel, dass man sagt, neue Elemente anlegen. Immer ein Button und immer in diesem Design und immer an dieser Stelle. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass man ein Glossar anlegt. Ein Glossar meint, dass ich aufschreibe, welche Begriffe ich wofür verwende. Ich sollte also nicht mal schließen und mal beenden schreiben, mal speichern und mal sichern. Da muss man darauf aufpassen, dass man das nicht macht. Das Wichtige bei der Design-Guidelines ist, man muss die mitwachsen lassen. Denn diese Inkonsistenzen, da werden euch dann welche auffallen. Oder es gibt neue Module und in den neuen Modulen sind auf einmal ganz andere Fragestellungen wichtig. Ich muss also auf einmal auf Konsistenzen achten, die vorher gar nicht so da mit drin waren. Dann muss ich diesen Style-Guide entsprechend mit anpassen. Ist es übrigens so schlimm, wenn ich solche Inkonsistenzen habe, so interne Inkonsistenzen, kann man die Software dann nicht benutzen? Doch, wahrscheinlich kann man die Software schon benutzen. Gerade Panda und überhaupt Moodle-Installationen werden ja viel benutzt. Und es ist jetzt nicht so, dass da niemand mit zurechtkäme. Diese Inkonsistenz sorgt aber gegebenenfalls für eine Irritation. Und auf jeden Fall sorgt eine Inkonsistenz dafür, dass es irgendwie nicht wie aus einem Guss wirkt. Unprofessionell wirkt es. Wenn innerhalb der gleichen Software die Dinge mal so heißen und mal so. Wenn ich also zum Beispiel Dokumente hochlade, aber dann als Dateien runterlade. Das kann schon irritierend sein und wirkt irgendwie auch ungleich und unschön. Also ihr sorgt auf jeden Fall für ein besseres Image eurer Software. Wenn es nur das ist, wenn ihr auf interne Konsistenz großen Wert legt. Ein besonderer Fall, den man auch dieser internen Konsistenz zuschieben könnte oder zuschreiben könnte, ist der einer stabilen Objektposition. Gerade eben habe ich gesagt, dass auf diesen Knöpfen das Gleiche draufstehen sollte, wenn es sich um das Gleiche handelt. Aber es gibt ja nicht nur die Frage nach dem, was da draufsteht, sondern auch wie es aussieht natürlich. Aber vor allen Dingen wichtig nach den Positionen. Positionen sollten, wenn man Übergänge hat von einem zum anderen, das ist sich ähnlich, dann sollten auch diese Positionen einander entsprechen. Schauen wir uns ein Beispiel an aus LibreOffice. Und wir haben hier zwei Fenster, die zwar ganz anders aussehen, aber doch sehr unterschiedlichen Funktionalitäten entsprechen. Nämlich das linke dem Einfügen eines Lesezeichens und das rechte dem Einfügen einer Literaturreferenz. Es geht also jeweils darum, dass man in den laufenden Fließtext etwas einfügt. Und das ist auch aus dem gleichen Menü aufrufbar, nämlich aus dem Einfügenmenü. Ja, und dann sehe ich hier zwei Fenster. Gut, die sind im oberen Bereich sehr unterschiedlich, aber unten sind sie sich doch relativ ähnlich. Aber die Positionen sind nicht gleich. Schaut mal, auf dem linken ist der Close-Button rechts und auf dem rechten ist das gleich der zweite. Und so geht das weiter. Der Help-Button ist beim rechten der dritte und beim linken der erste. Und der Insert-Button, der ist beim rechten der linkeste Knopf und beim anderen ist er oben rechts. Das ist etwas, das sollte man unbedingt vermeiden, dass man solche Uninkonsistenzen hat, die sich auf diese Positionen beziehen. Denn die Wahrscheinlichkeit der Fehlbedienung ist hoch. Denn wir haben ja eine Hypothese, was an welcher Stelle sein sollte. Und jetzt nehmen wir mal an, wir machen oft das Einfügen von solchen Lesezeichen und haben uns dann gemerkt, unten rechts ist Close. Und dann verwende ich jetzt das Einfügen von Literaturreferenzen und gehe dann davon aus, dass so eine ähnliche Funktionalität mit auch erstmal auf den ersten Blick gleich angeordneten Buttons, also auch so eine Reihe von Buttons unten, auch die gleichen Positionen haben wird. Im Zweifelsfalle lese ich nicht, was da steht und klicke dann auf Edit. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es sorgt dann dafür, dass ich halt einen zusätzlichen Bearbeitungsmodus öffne, ein Fenster öffne, dass ich wieder schließen muss, was ich gar nicht will. Aber es ist auf jeden Fall erzwungene Sequenzialität. Und wenn es umgekehrt passiert und ich habe hier einen solchen Bookmark geöffnet, ich möchte den anklicken und möchte den bearbeiten, dann musste ich ja auf der linken Seite den zweiten Knopf unten drücken, nämlich Rename. Das ist das Bearbeiten. Stattdessen würde ich dann, wenn ich das von der rechten Seite her gewohnt bin, auf Close drücken. Und dann hätte ich ja auf jeden Fall eine Desorientierung. Denn dann ist das Fenster auf einmal verschwunden, obwohl ich doch eigentlich nur was bearbeiten wollte. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Damit will ich es für dieses Video mit den stabilen Objektpositionen belassen. Und es geht im nächsten Video weiter mit der Kontinuität, mit Übergängen. Und da setze ich hier wieder an, also auch mit stabilen Objektpositionen geht es gleich im nächsten Video weiter.